Wie jetzt kommt irgendwie so ein behindertes Skelett oder sowas Weil dann würde ich wahrscheinlich ausraschen, was ist denn das hier überhaupt? Was war denn das jetzt? Hab ich jetzt gar nicht gesehen Was? Oh nein! Mama, ich brauch was zu essen Kann man nicht Kann man nicht Shit, doll Na, kacke, ey Ich will mich aber jetzt hier auch nicht wegbewegen, ehrlich gesagt Oder aufwege... Oh, das ist jetzt in den Erz, auf keinen Fall Da, scheiß Gravel Nein Das ist ein Skelett Nein Oh, fuck Was soll ich denn jetzt machen? Oh, kacke Erstmal das Kupfererz mitnehmen Und diese grünen Böbel da Wo ich wieder den Namen vergessen hab Hä, wie soll man das überhaupt abbauen können Wenn das die ganze Zeit verschwindet Ich sehe nichts Alter, hab ich mich gerade erschreckt Okay, jetzt bin ich hier Ich glaube, hier gehen wir später hin Kein Schaden Kein Schaden bekommen Komm, ich muss doch irgendwas zu essen geben Aluminiumbeere Oh nee, irgendwas Das gibt's ja nicht Wow Heute würde ich einfach mal sagen Ähm Gibt es jetzt hier Mittagessen? Ich nehm nachher vielleicht nochmal kurz auf Aber wenn es euch bisher gefallen hat Könnt ihr einkommen Ich kann schon gar nicht mehr rennen Einen Daumen nach oben geben Und natürlich, äh Verbesserungsvorschläge Natürlich unten in die Kommentare reinpacken Keine Frage So, das hab ich noch schnell abgebaut Und dann würde ich einfach mal sagen Beende hier die Aufnahme bis jetzt Und wünsche euch noch einen schönen Tag Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen Ich hoffe, es gefällt euch Und bis zum nächsten Mal Tschüss Scho, meine lieben Freunde Damit melde ich mich natürlich zurück bei Äh, Hexit Ups, das Mikro kann ich nach oben klappen Das brauche ich nicht Und, ach ja Wir sind alles erst mal hier stehen geblieben Wir sind auf Höhe 17 Und, ähm Ähm Ich glaub, ich mach mal kurz etwas Und zwar Ähm Dann werde ich jetzt erst mal hier eine zweite Truhe bauen Denn, ich werde mich ganz kurz nach oben machen Und ein bisschen, ähm, Dings holen Bisschen, äh, Fleisch Dafür brauche ich nichts Außer das hier und das hier vielleicht So Und ich versuche mich jetzt hier einfach mal ein bisschen nach oben Zugraben Hier, das nehmen wir natürlich mit Das da hinten auch Ne, das nehmen wir nicht mit Weil da ein skelett ist Deshalb Oh, ich mich jetzt Oder Kann ich eigentlich hinzoomen? Ne, kann ich nicht Ich glaub, ich muss noch ein bisschen hier in die Richtung Oh, ich hab noch ein halbes Hunger Das ist nicht so gut Okay, das ist gut Hier So Hier kommen wir nämlich weiter nach oben Okay, das sieht schon mal gut aus Damit kommen wir vielleicht an die Oberfläche Oh, man verliert Oh, nein Bitte nicht Oh, Gott Oh, Gott Nein, nein Okay Okay, okay Okay Ich muss hier raus Ich muss hier ganz Dringend Raus Oh, Gott Ich will gar nicht nachdenken Aber wir hätten Zwischendrin nehmen wir hier das noch mit Was es auch immer ist Oh Das war Redstone Das brauchen wir nicht Weh, jetzt kommt irgendwie so ein behindertes Skelett Oder sowas Weil Dann Würde ich mich schon nicht ausraschen Was ist denn das hier überhaupt Äh, was war denn das jetzt Hab ich jetzt gar nicht gesehen Was Oh, nein Muss ich wieder da ganz nach hinten laufen Was, und ich hab nur drei Oha Okay Was spielen wir überhaupt Normal Okay Das schaffen wir Hier ist eine Kuh Die müssen wir jetzt schlachten So Drei Fleisch Ich schimmel etwas Das sind noch mehr Bleib da Komm her Ein, zwei Schläge noch So Ein Fleisch doch da Fleisch Was ist sie denn da Ich möchte sie gern gegen das Land schlagen Dass halt die Das Fleisch nicht so weit fällt So Sex Da haben wir doch gerade eben noch eine Kuh Hat Ach ne Das war ein Ein Biber Der macht ja coole Geräusche Okay Ob der Fleisch von Oh ja Was ist denn das Kann ich das essen Boah Geil Halbes Hunger Gras Gras Sat S T Vielen Dank.